Hallo liebe YouTube-Menschen, heute gucken wir uns mal das Flaggschiff eines Smartphone-Herstellers an, der bis jetzt immer so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist. Und ein bisschen ist vielleicht sogar untertrieben, denn bis jetzt ist der komplett an mir vorbeigezogen. Bevor wir das tun, möchte ich mich aber nochmal ganz kurz bei euch für euren Support bedanken, denn das Ganze ist nicht selbstverständlich und ich finde, das kann man nicht oft genug erwähnen und für alle, die jetzt neu dabei sind, immer dran denken, wer nicht abonniert, der explodiert. So, jetzt aber genug geschwafelt, ich habe das Ganze hier ja schon mal dezent positioniert. Die Rede ist vom Sony Xperia 1 oder Sony Xperia 1 und eins vorweg, das Teil ist momentan noch viel zu teuer. Das Ding kostet knapp unter 1000 Euro im Moment, in dem ich jetzt gerade dieses Video hier drehe und ich würde sagen, wartet noch ein bisschen, die Zeit hat ja gezeigt, dass die Preise fallen und dass die Preise purzeln, das hat mir nämlich hier der Spatz schon geflüstert. Ja, ehrlich, so günstig wird das? Gibt es ja gar nicht, das ist doch im Moment noch so teuer. Und wie lange dauert das? Das will er nicht verraten. Und ich denke mal, das werde ich auch noch ein, zwei Mal im Video erwähnen, damit das auch ganz klar ist. Im Moment ist das Ding noch zu teuer, wartet noch einen Moment und kauft euch das Teil erst später. Sony-Telefone hatten für mich bis jetzt immer so ein bisschen den Audi-Effekt. Audi-Effekt, was meint er damit? Bei mir ist der Audi A3 das beste Beispiel, ist für mich so ein relativ unscheinbares Auto. Wenn man sich das irgendwie in irgendwelchen Internetspots sieht oder auf irgendwelchen Werbeplakaten sieht, dann ist es bei mir so, dass das Auto so ein bisschen an mir vorbeigeht und ich dem gar keine Beachtung schenke. Wenn man das Ganze aber in echt vor sich stehen sieht oder sich vielleicht sogar mal reinsetzt, dann nimmt man das Auto, zumindest ist es bei mir so, noch ein bisschen mehr wahr und man merkt halt, dass das gar nicht mal so übel ist. Und ob das Sony Xperia 1 auch gar nicht mal so übel ist, das schauen wir uns heute mal hier in dem Unboxing an und auch im ersten Eindruck und ich würde sagen, dazu gehen wir mal vorne an den Schreibtisch, kommt mal mit. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns erstmal die Verpackung an, bevor wir das Ganze aufmachen, denn so ein schönes Packaging, das erfreut mich ja auch immer. Hier von außen schlichte weiße Box mit einmal dem Namen Xperia 1 oder Xperia 1, wie ihr das gerne möchtet und hier unten das Sony-Logo auf den Seiten, das ist auch ganz reduziert, hier steht nur der Name des Smartphones und auf der Rückseite, da gibt es dann ein paar Informationen zum Gerät. Wir haben hier eine Triple-Kamera verbaut mit drei 12-Megapixel-Sensoren. Ich denke mal, dazu werde ich noch ein gesondertes Video machen, denn die Kamera, die bietet ein, zwei Besonderheiten. Ich denke mal, das werden wir uns in einem extra Video anschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben eine 8-Megapixel-Frontkamera verbaut, ein 4K-HDR-OLED-Display mit einer Displayfläche von 6,5 Zoll, wobei das nicht ganz 4K sind, denn 4K wäre ja eigentlich 3840x2160 Pixel. Wir haben hier aber 3840x1644 Pixel, was dem Display-Seitenverhältnis geschuldet ist, das schauen wir uns aber gleich mal an. Dann der Kritikpunkt, den ich am größten wiegen würde, wenn mich jemand fragt, 3330mAh Akku. Da ist halt die Frage, ob das für eine Tagesdose reicht. Bei mir ist es so, mit dem OnePlus 6T komme ich gut über den Tag hinaus. Das hat aber auch ein paar Milliampere-Stunden mehr. Das wird sich zeigen. Befeuert wird das Ganze von dem Qualcomm Snapdragon 855 und IP-zertifiziert ist das auch. Falls ihr mal besoffen bei euch, wenn ihr abends nach Hause kommt, ins Planschbecken stolpert oder irgendwie sowas, dann braucht man sich da auch grundlegend keine Gedanken zu machen. Dann hier noch ein bisschen anderer Kram. Alles ganz logisch. WiFi-Certified, wir haben Bluetooth, NFC und MicroSD haben wir auch mit am Start. MicroSD, gucken wir auch gleich noch eine kleine Besonderheit. Ich würde sagen, jetzt schauen wir aber erstmal in das Innere der Box. So, die geht ganz gut auf. Und da strahlt uns auch schon das Gerät, der Gerät selber entgegen. Das Ding lege ich jetzt erstmal ganz kurz an die Seite, denn ich möchte natürlich auch wissen, was sich hier noch in der Kiste verbirgt. Das Teil hier, der Einleger aus Pappe, umweltbewusst, gar nicht mal so übel, wenn man denn bei so einem teuren Smartphone von umweltbewusst sprechen kann. Dann haben wir hier noch ein bisschen Papierkram, der gehört auch immer dazu. Was hier allerdings die Besonderheit ist, wir haben hier kein SIM-Tray-Entferner-Ejector-Tool, so einen kleinen Metall-Schnupsi, den man sonst immer hier vorne drin verstaut hat. Haben wir hier nicht, brauchen wir aber auch nicht, schauen wir uns aber gleich auch nochmal genauer an. Was haben wir denn sonst noch so? Hier haben wir noch Kopfhörer, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nehmen wir mal ganz kurz raus, kann man schon mal beschnuppern. Verschiedene Earpieces in unterschiedlichen Größen. Und hier haben wir halt so Standard-In-Ear-Kopfhörer, ob man die jetzt braucht oder nicht, hier mit so einer Fernbedienung im Kabel. Ich finde es immer ganz gut, wenn sie dabei sind, denn meistens, wenn man irgendwie mal im Flieger oder so unterwegs ist, oder wenn mal jemand aus der Familie im Krankenhaus landet, was ja manchmal, ich glaube mal auf Holz, hoffentlich nicht so oft vorkommt, kann man schnell mal Kopfhörer verleihen. Kopfhörer kann man immer gebrauchen. Lege ich hier auch mal kurz an die Seite mit diesen Schnupsis. Dann haben wir hier, passend dazu, denn das Gerät verfügt nicht über einen Klinkenanschluss, den passenden Adapter, der darf mittlerweile auch nicht fehlen. USB-Typ C auf 3,5 mm Klinke, nichts Besonderes, aber immerhin mit dabei. Bei Apple würde das Ding wahrscheinlich wieder 79 Euro kosten. Hier liegt es mit im Karton. Dann haben wir hier den Ladebrick. Hier auch eine kleine weitere Besonderheit. Das wird, denke ich mal, in nächster Zukunft auch bei den anderen Herstellern überall Einzug halten. USB-Typ C auf, passend am Handy, USB-Typ C Adapter. Das Ganze verfügt über Schnellladetechnologie. Wir haben hier 18 Watt, mit denen das befeuert wird. Und ich finde es ganz cool, dass das Gerät und auch das Kabel beides im Schwarz sind, denn weiße Kabel mag ich nicht besonders. Die werden bei mir immer schäbbelig nach der Zeit, wenn man die in Rucksack oder Taschen hin und her verfrachtet. Dann schleifen sie mal irgendwo über den Boden. Die sehen irgendwann nicht mehr schick aus. Das ist bei schwarzen Kabeln nicht der Fall. So, mal ein bisschen Ordnung machen, denn wir wollen hier natürlich noch einen kleinen Blick auf das Gerät werfen. Ich habe ja vorhin schon von dem Audi-Faktor oder Audi-Syndrom gesprochen, dass Dinger oder Sachen, wenn man sie live sieht, oft besser aussehen. Und ich habe das Gefühl, dass das hier auch so ist. Auf den Bildern hat mich das Xperia jetzt nicht so geflasht, aber wenn man das so in der Hand hält, fühlt sich das wirklich sehr gut an. Ich würde sagen, wir ziehen mal kurz die Folie ab. Und da sieht das Ganze auch gleich noch ein bisschen edler aus. Ich schorchiere das hier mal so im Licht, dann könnt ihr das hier in meiner Softbox mal so ein bisschen sehen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auf der Rückseite, ich habe hier die graue Variante, passend zum Audi A3 bzw. S3. Den sieht man ja auch oft in so einem Grau. Finde ich, ist eine sehr, sehr coole Farbe. Hier werden wir auch mal die Folie los, bzw. wir schauen hier nochmal. Denn ihr seht hier, man kann hier zwei SIM-Karten einfügen oder wir haben hier einen Wechselschacht. Entweder eine zweite SIM-Karte oder ein Micro-SD-Slot. Den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Es wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig und fühlt sich sehr, sehr cool an. Ich bin überrascht, denn wie gesagt, das ist das erste Sony-Gerät, was ich jetzt hier für mich in der Hand habe. Okay, es fühlt sich hochwertig an, aber ich klopfe mal an mein Mikro, damit ihr das mal hört. Das fühlt sich ein bisschen an wie so eine hohle Nuss. Warte mal, wir können ja mal hier auf mein OnePlus klopfen. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht so wie so ein hohles Nüsschen an. Na, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Platz für Akku gewesen. Den wollte sich ja Sony wahrscheinlich sparen. Was aber auffällt, das Gerät liegt wirklich gut in der Hand. Wie gesagt, es ist halt einfach im Moment noch viel zu teuer, aber bei Flachhalten, die Zukunft zeigt, dass Android-Geräte in der Regel immer günstig werden und das dauert oft auch gar nicht so lange, bis der Preis fällt. Wie gesagt, im Moment einfach noch zu teuer, aber ich denke mal, wenn der Preis fällt, dann könnte man drüber nachdenken, sich das Gerät zu kaufen. Hier habe ich das jetzt für euch gemacht, damit wir erstmal gemeinsam einen Blick drauf werfen. Ich würde sagen, wir schauen mal um das Gerät drum herum. Wir haben hier den Lauter-Leiser-Button oben. Danach kommt der Fingerabdrucksensor, auch so ein bisschen eine Besonderheit des Geräts, denn wir haben den nicht, Gott sei Dank, nicht mehr auf der Rückseite verbaut und auch nicht unterm Display, sondern hier an der Seite. Ich denke mal, für Rechtshänder ist das super zu erreichen, wie das für die linke Hand ist. Das wird dann wahrscheinlich mit dem Zeigefinger stattfinden. Das müssen wir dann mal schauen. Hier drunter ist der Power-Button und dann noch eine andere Sache, die ich sehr cool finde. Hier haben wir noch einen Button, der extra für den Kameraauslöser ist. Das heißt, wenn man das Gerät wie so ein Fotoapparat hält, kann man hier prima auslösen, ohne dass man irgendwo hier in der Mitte drücken muss oder auf dem Display. Das finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch ein paar Antennenstreifen. Auf der Unterseite haben wir hier einen Lautsprecher unter dem Gitter, USB-Typ C. Hier wird ein Mikrofon sein, noch ein paar Antennenstreifen. Auf der Seite hier befindet sich nichts. Und oben haben wir dann hier wahrscheinlich noch ein Mikrofon zum Noise-Canceling, zur Umgebungs-Lautstärkereduktion. Und dann haben wir hier den Tray für die SIM-Karte. Den kann man coolerweise einfach so rausholen. Das ist ganz praktisch, weil wir hier eine Speicherkarte haben. Wenn man jetzt über ein Speicherkartenlesegerät das Ganze auslesen will, dann braucht man da nicht immer die SIM-Ejector-Tool, sondern kann das einfach so rauspulen. Ihr seht, das ist auch fancy hier so ein bisschen wabbelig gelagert über so ein kleines Gelenk. Ich denke mal, das kann man ganz gut sehen. Und hier können wir dann entweder SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 oder SIM-Karte 1 und Mikro-SD-Karte reinpacken. Das Ganze ist hier auch noch über so eine kleine Gummidichtung abgedichtet. Und dann kann man das Ganze, jetzt muss ich gucken, wie rum, hier einfach wieder einfach Betonung liegt, hier wieder mal auf einfach einstecken, draufdrücken. Und das ist das Ganze auch safe. Ich schalte das mal ganz kurz an, damit wir noch einmal die Ränder des Displays sehen können. Hier haben wir das Sony-Logo. Und ich würde sagen, ich halte hier auch mal das OnePlus einfach mal daneben, damit wir, wenn das gebootet ist, einfach mal so ein bisschen den Vergleich haben. Wie gesagt, das Teil im Moment noch zu teuer, aber das wird sich ändern. Die Display-Ränder fühlen sich oder sehen relativ schmal aus. Hier oben und unten haben wir natürlich ein bisschen größere Ränder. Hier ist die Frontkamera noch versteckt und ein Sensor. Und hier oben ist auch noch der Lautsprecher für die Telefonate. Aber ich finde, dadurch, dass das Display so ein großes Seitenverhältnis hat, stört das gar nicht. Und natürlich neben dem Videokonsum, wenn man viel auf Twitter unterwegs ist oder in irgendwelchen RSS-Feeds rumforstelt, bringt natürlich oder auch fürs Webbrowsen so ein Display-Format einfach, dass man einfach ein bisschen mehr sehen kann. Ich halte hier einfach mal mein OnePlus 6T daneben. Da habe ich übrigens hier meine Hue-Steuerung, die ihr gerade seht. Und das ist schon echt eine Ecke mehr Display. Ich werde das Ding jetzt erstmal einrichten, bin auf jeden Fall positiv überrascht vom Ersten in die Hand nehmen. Wir schalten das mal wieder aus. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, es wird natürlich auf jeden Fall ein Review geben. Einmal zum Gerät allgemein, wenn ich das ein paar Tage in Benutzung hatte. Und dann wird es natürlich noch einen Check der Kamera geben, denn ihr wisst ja, die Kamera ist für mich immer das oder eine der wichtigsten Komponente im Smartphone. Und dann werden wir die hohle Nuss hier mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das mal in die Kommentare, was ich berücksichtigen soll, was ich mit testen soll. Dann nehme ich das auf jeden Fall auf, haut es mir unten rein. Und ihr wisst, wie immer, über ein Like und ein Abo freue ich mich auf jeden Fall. Das wisst ihr auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Spätestens zum Review oder zum Kameratest. Mal gucken, was ich zuerst mache. Und ich würde sagen, bis dann. Schön mit Ö.